Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportblog, heute wieder aus meinem Trainingskeller. Hier im Keller mache ich immer mein Workout und ein bisschen Boxen und so ein Zeug und das ist natürlich heute auch wieder angesagt. Los geht's direkt nach dem Intro und ich werde schwitzen wie die Sau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war mein heutiges Workout. Reicht. Ich bin geschwitzt, nur dreiviertel Stunde gemacht, alles gut, Muskeln ein bisschen angeschränkt, ganz wenig geboxt nur heute, aber macht nichts. Trotzdem gut geschwitzt und gut was getan. Ich wiederhole mich, ich bin nämlich kaputti. Gut, das war mein heutiges Training. Ich sag, Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Sportblog. Ich freue mich drauf, schickt mir eure Fotos oder Videos, wenn ihr habt. Cheerio, bis dann. predictions, bitte. Schicksal. Leute, ich sag, guid mir vor. Ich sieh mal. Entfer dich weg. Ich sag, irgendwann.